Na hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir eine Achievement angehen, wo wir wieder ein paar Viecher lieben müssen. Das kennen wir ja aus den vergangenen Expansions schon. Und diesmal haben wir jetzt hier die Shadowlands Version. Die finden wir einmal unter Erkunden und dann unter Shadowlands. Und die schimpft sich, ob groß, ob klein. Nur durch Liebe kann ein Tierchen glücklich sein. Und dafür müssen wir insgesamt zwölf Viecher in Shadowlands aufsuchen, Slash Liebe drücken. Und dann dementsprechend haben wir das Achievement. Es ist in jedem Gebiet so, dass wir insgesamt drei Pets haben. Und wir schauen uns jetzt einmal die drei in Maldraxxus an und dann auch dementsprechend die in den anderen Gebieten. Ich befinde mich jetzt einmal hier in Maldraxxus beim Theater der Schmerzen auf den Koordinaten 47, 58. Und hier haben wir gleich zwei von den drei Pets, die wir hier in Maldraxxus einmal brauchen. Und zwar ist hier hinter mir die Zischklaue und die brauchen wir einmal. Da machen wir einmal Liebe drauf. Und dann haben wir das zweite Pad hier und zwar Windende Ralex oder wie auch immer. Und da machen wir auch Liebe. Man kann sich da übrigens auch ein Makro machen. Macht das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher. Und ihr seht, zwei haben wir jetzt schon mal abgeschlossen. Dann sind wir jetzt am nächsten Spot. Und zwar bin ich jetzt hier unten vor der Instanz Seuchensturz auf den Koordinaten 59, 60. Und dort haben wir so einen kleinen blubbernden Abfall, schimpft sich der. Da machen wir auch Slash Liebe drauf. Und dann haben wir jetzt schon drei. Und damit sind wir, oh jetzt habe ich versichert das Pad umgenutzt, sind wir auch schon fertig hier in Maldraxxus. Dann sind wir als nächstes in der Bastion. Und zwar zeige ich euch mal die Koordinaten. Wir befinden uns nämlich hier unten in der Bastion auf den Koordinaten 47, 81. Und da habe ich den nächsten Mob ausfindig gemacht. Das ist der Seelenschwingfalter. Der kleine hier. Da machen wir einmal Liebe drauf. Und dann sind wir schon insgesamt bei Vieren. Hier unten sind wir. Also ich bin hier quasi vom Flugpunkt so am Rand entlang gelaufen. Und dann direkt hier finden wir ihn. Dann sind wir hier im nächsten Spot in der Bastion. Und zwar jetzt hier oben auf den Koordinaten 37, 27. Und hier habe ich den nächsten ausfindig gemacht. Das ist der verfinsterte Würmling. Und ja, der ist einfach quasi hier bei diesen Glocken. Fliegen da ein paar rum. Da machen wir dann wieder unser Liebe-Makro drauf. Und dann haben wir auch schon insgesamt fünf Stück. Einer fehlt jetzt hier in der Bastion noch. Hier oben nochmal hier, dass ihr es auf der Map seht. Dann sind wir jetzt auf dem letzten Spot hier in der Bastion. Und zwar hier oben auf die Koordinaten 54, 13. Und da haben wir einen Welpen, den wir brauchen. Und da schimpft sich der Welpe Grausfell-Welpe. Da hauen wir jetzt mal noch unsere Makro drauf. Und dann sind wir auch schon in der Bastion fertig. Insgesamt haben wir jetzt die Hälfte an Mobs. 6 von 12. Und jetzt müssen wir noch nach Revendreth. Beziehungsweise in den Adenwald. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, dann sind wir als nächstes hier im Adenwald. Und da bin ich auch schon auf dem ersten Spot. Hier bei den Koordinaten 40, 28. Und dort haben wir so einen kleinen Welpling. Und der heißt Holzbausatz. Warum auch immer, wir hinterfragen das nicht. Wir lieben ihn einfach, auch wenn er einen komischen Namen hat. Und dann haben wir wieder einen abgehakt. Und jetzt fehlen nur noch zwei hier im Adenwald. Und drei in Revendreth. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 35, 56. Und dort haben wir den nächsten Mob. Und der schimpft sich hier Runenwald Horta. Und das Lustige ist, Blizzard hat da irgendwas verkackt. Wenn man den liebt, dann ist nämlich hier der Runenwald Hamster abgehakt. Also, da ist einfach nur eine Namensnennung anscheinend falsch. Also, ihr braucht den Runenwald Horta. Und dann habt ihr den Runenwald Hamster. Oder Hamsterer so rum. Also, irgendwie ein wenig strange an der Angelegenheit. Der ist hier unten. Und da rennen hier ein paar am Weg hier entlang. So, dann sind wir am letzten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 52, 58. Und dort haben wir das letzte Pad hier im Adenwald. Die Sternenmotte. Und da drücken wir jetzt auch einmal Liebe drauf. Die fliegt hier oben. Da sind einige an diesen Lampen dran. Und damit sind wir jetzt hier bei insgesamt neun Mobs. Drei haben wir noch offen. Und die müssen wir jetzt einmal in Revendreth für uns besorgen. Dann sind wir jetzt in Revendreth angekommen. Und zwar sind wir jetzt in Revendreth auf den Koordinaten 70, 76 hier unten. Und dort haben wir den ersten Mob. Der heißt Steinling. Und das ist ja so ein kleiner Stein, der von einer Katze verfolgt wird. So ein kleiner Grabstein müsste das sein. Den lieben wir jetzt einmal an der Stelle. Und dann sind es nur noch zwei Mobs, die wir jetzt insgesamt brauchen. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier auf den Koordinaten 55, 58. Und dort haben wir einen Kriecher. Beziehungsweise einen Mob, der schimpft sich trüber Kriecher. Und der zählt aber als nur Kriecher. Also irgendwie ist die Namensgebung hier bei Blizzard nicht ganz glücklich gelaufen. Aber wenn ihr den trüben Kriecher anvisiert, euer lieben Makro drückt, dann zählt das quasi ja mit. Und so, jetzt brauchen wir nur noch einen einzigen Mob, eine Fledermaus. Und da werden wir uns jetzt als nächstes hinbegeben. Dann sind wir jetzt am letzten Spot. Und zwar hier auf den Koordinaten 38, 49 in Revendreth. Und hier fliegen so Fledermäuse in der Luft rum. Und da müssen wir jetzt eine ausgezehrte Fledermaus finden. Und die drehen hier immer so ein bisschen ihre Runden. Mal gucken. Darunter fliegen die meistens. Ob wir da jetzt eine ausfindig machen können. Eben hatte ich sie noch. Ah, da oben sind sie. Da müssen wir jetzt eine ausgezehrte ins Target nehmen. Ah, da haben wir sie. Liebe. Und ihr seht, tadaa, da ploppt dann einmal das Achievement auf. Und damit sind wir auch fertig. Haben insgesamt zwölf kleine Pets in den Schatten landen geliebt. Und ja, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.